Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. In diesem Video geht es darum, wie ich aus einer Wertetabelle eine Funktionsgleichung erstellen kann. Und dazu habe ich hier mal eine Wertetabelle, drei Eingänge A, B und C und einen Ausgang X. Und ich habe mir überlegt, die Schaltung, die ich dann generieren will, oder die Funktionsgleichung, die ich dann erstellen will, die soll folgendes können. Immer wenn zwei dieser Eingänge eine 1 haben, soll auch der Ausgang eine 1 haben. Also, ich habe hier A und B eine 1, ist da eine 1, und ich habe hier A und C eine 1, ist da eine 1, und bei C und B ist es eine 1, dann ist hier auch eine 1. Und sonst nicht, also bei allen dreien nicht. Und das lässt sich jetzt relativ einfach als Funktionsgleichung schreiben. Und zwar gucke ich mir jetzt wirklich bei X nur die Position an, wo eine 1 ist. Also wann soll überall eine 1 sein, welche Bedingungen sind gefordert, damit hier eine 1 ist. Und schreibe mir für jede Zeile einzeln erstmal so eine kleine Funktionsgleichung raus. Und nehmen wir mal gleich die erste 1 hier. Da soll ja, also X hat eine 1, wenn A eine 1 hat, B eine 1 hat und C keine 1 hat, also eine 0. Und das schreibe ich dann hier so hin, X hat es gleich A und B und nicht C. Also, die 0 mache ich zu einem nicht C und die 1 mache ich einfach zu den Eingängen A und B. Und es ist ja eine Und. Genau die 3 müssen ja zur selben Zeit stattfinden. Diese Kombination muss gegeben sein. Dann habe ich das. Und dasselbe mache ich mit der nächsten 1. Da soll B nicht sein und die anderen beiden sollen sein. Und dann seht ihr das. A und nicht B und C. Und bei der letzten soll A nicht sein. Die anderen beiden sollen sein. Dann schreibe ich nicht A und B und C. So. Dann habe ich schon mal drei Gleichungen. Wie mache ich daraus jetzt eine komplette Gleichung? Relativ einfach. Ich habe umso schon geschrieben, dass hier ist die oder-Normalform oder auch disjunktive Normalform. Da schreibt man die Einsen raus. Und jetzt ist es relativ einfach. Das hat man ja auch schon ein bisschen im Sprachgebrauch wahrscheinlich. Es soll jetzt ja diese Konstellation oder diese Konstellation oder diese Konstellation eintreten. Dann habe ich jedes Mal eine Eins. Und genau so schreibe ich das hin. Also, jeder dieser Terme, den schreibe ich in Klammern. X ist gleich die erste Konstellation. A und B und nicht C. B oder die zweite Konstellation, die es gibt. A und nicht B und C. Oder nicht A und B und C. Das sind die drei Konstellationen, die es gibt. Die verknüpfe ich hier mit dem oder. Und dann habe ich eine Funktionsgleichung. Man kann diese Funktionsgleichung später dann auch noch vereinfachen. Darum geht es jetzt aber erstmal nicht. Ich wollte nur eben kurz zeigen, wie man aus einer Wertetabelle relativ einfach eine Funktionsgleichung erstellt. Und das sollte es nämlich auch bis hier gewesen sein. Wie man dann aus einer Funktionsgleichung ein Programm schreibt oder einen Funktionsplan erstellt, das mache ich im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.